Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hi. Willst du nicht wissen, was drin steht? Nö. Ich bin eh gleich weg. Du kennst mich nicht, aber ich weiß genau, wer du bist. Oh. Dann weißt du mehr als ich. Bei mir hat es länger gedauert, bis ich wusste, wer ich bin. Lief den Brief. Das ist von Papa. Da. 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 Wie ist das passiert? Das war ziemlich schwer, dich zu finden. Wer hast du mich dann gefunden? Deine Mutter hat es mir dann doch noch verraten. Meine Mutter? Er hat ständig von dir geredet. Die ganze Zeit hat er von dir geredet. Er ist immer sein Liebling. Scheiße. Ich wusste... Ich wusste gar nicht. Ich wusste gar nicht. Was hab ich jetzt? Am Sonntag ist die Beerdigung. Marienkapelle. 14 Uhr. Ich dachte, das solltest du wissen. Ich dachte, das solltest du wissen. 100 Uhr. 10 Uhr. 15 Uhr. 10 Uhr. 12 Uhr. 14 Uhr. 16 Uhr. 20 Uhr.